Herzlich Willkommen zur Sonntagsandacht in der Scientology-Kirche. Die Scientology ist eine moderne Religion. Sie wurde ungefähr Mitte des letzten Jahrhunderts gestiftet von L. Ron Hubbard. Und L. Ron Hubbard hat sich große Mühe gegeben, den Menschen zu verstehen und zu verstehen, warum er so tickt, wie er tickt, warum er die Marken hat, die er tatsächlich hat. Und vor allen Dingen, was man dagegen tun kann oder wie man es besser machen kann, sodass es diesem Wesen oder dieser Person einfach richtig, richtig gut geht. Und auch in ihrem Verhältnis zu anderen und dem Universum richtig gut geht. Die Scientology hat eine Lehre, die man studieren kann, wo lauter solche Fragen beantwortet werden können. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und sie hat einen spirituellen Weg, den man Schritt für Schritt nach oben gehen kann, indem man sich mit sich selbst befasst. Man macht das mit einer anderen Person zusammen und das Ganze macht sehr viel Spaß und geht in Richtung persönliche Freiheit, persönliche Ewigkeit. Und das ist ein für meine Begriffe ganz, ganz toller Weg. Als erstes möchte ich das Glaubensbekenntnis der Scientology vorlesen. In diesem Glaubensbekenntnis kommt ein Wort vor, das nicht so allgemein gebräuchlich ist. Das ist das Wort unveräußerlich. Und unveräußerlich bedeutet, dass es einem niemand wegnehmen kann. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen. Dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben. Dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religion weder entfremdet noch in nichtreligiösen Gebieten geduldet werden sollten. Und dass keine Instanz außer Gott die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft zu setzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist, dass er danach strebt zu überleben. Dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, die Vernunft eines anderen zu zerstören, die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven. Das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Für diesen Sonntag habe ich mir das Thema Kommunikation ausgesucht. Scientology hat sehr viel mit Kommunikation zu tun und in der Scientology definieren wir auch Kommunikation sehr genau. Und das Buch, das ich euch dafür ans Herz legen möchte, ist dieses Buch, Dianetik 55. Es wurde 1955 geschrieben, nachdem einiges andere entwickelt wurde und es steht einfach wirklich alles über Kommunikation da drin. Ich muss aber das Kapitel gar nicht unbedingt aufschlagen, weil die grundlegende Geschichte mit Kommunikation ist, dass es eine Definition hat. Eine Sache, die wir brauchen für Kommunikation, sind zwei Punkte. Ein Ursachepunkt und ein Wirkungspunkt. Und Kommunikation ist grundsätzlich die Aktion, dass von einem Ursachepunkt zu einem Wirkungspunkt entweder Gedanken oder Ideen oder auch Gegenstände, könnte jetzt auch ein Kugelschreiber darüber gegeben werden. Und es geht über eine Distanz und geht von der einen Seite zur anderen Seite. Also wir haben zwei Menschen und der eine sagt zum anderen Hallo. Das ist natürlich Kommunikation. Wenn er zum anderen einfach nur zwinkert, ist auch Kommunikation. Wenn er den anderen nur anguckt und wahrnimmt, ist auch schon Kommunikation. Also für Kommunikation braucht es gar nicht viel. Zu dieser Kommunikation gehören dann noch ein paar andere Faktoren. Um es eine anständige und gute Kommunikation zu machen, wollen wir, dass diese beiden Personen auch tatsächlich da sind. Deswegen heißt das Ursache und Wirkung. Weil wenn ihr schon mal jemandem versucht habt, eine wichtige Geschichte zu erzählen, der gerade ein Buch gelesen hat und vollkommen versunken war oder der gerade seine Lieblingsserie angeguckt hat oder bei meinem Großvater war das früher so, da hat er die Tagesschau angeguckt. Und wenn ich dann was Wichtiges gesagt habe, dann hat er das gar nicht erst gehört. Man könnte also sagen, er war nicht da. Der Wirkungspunkt war nicht vorhanden. Deswegen kam die Kommunikation da nicht an. Genauso ist es, wenn ich jetzt versuche, euch was zu erzählen und ich träume dabei von was ganz was anderem und bin eigentlich nicht da. Dann kommt die Kommunikation nicht an, weil Kommunikation als Grundbedingung hat, dass eben sowohl der Ursache als auch der Wirkungspunkt tatsächlich richtig da sind. Das sind jetzt aber nur die mechanischen Bestandteile von dieser Kommunikation. Was mir am Herzen liegt, euch zu erzählen ist, Kommunikation ist wahrscheinlich einfach die zentrale und wichtigste Sache in eurem Leben. Denn von eurer Kommunikation mit den Dingen, den Menschen, der Familie, natürlich euch selber, der spirituellen Welt oder auch allem anderen wie Materie, Energie, Raum und Zeit von der Kommunikation mit all diesen Dingen hängt ab, wie gut es euch geht. Denn es gibt eine ganz einfache Regel, die Sachen, mit denen ihr nicht kommunizieren könnt oder es nicht tut oder es eben einfach nicht könnt, die können euch negativ beeinflussen. Sagen wir, da kommt ein Lehrer auf ein kleines Kind zu und ist ganz böse, weil dieses Kind die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ich bin mir sicher, ihr habt schon mal von jemandem gehört, dem sowas passiert ist oder habt Freunde, die haben dann wieder Freunde, die haben sowas auch schon mal erlebt. Also da ist dieser Lehrer ganz böse auf dieses Kind wegen den Hausaufgaben und dieses Kind kann jetzt einfach nicht gut genug damit kommunizieren. Das Kind kann nicht zu dem Lehrer sagen, du blöde Socke, mach deine Hausaufgaben selber und das Kind kann auch nicht einfach weggehen und sagen, ich kommuniziere mit dir nicht, weil es muss jetzt da bleiben und muss kommunizieren oder muss zumindest zuhören. Es kann nicht sagen, was es denkt, es kann nicht einfach aufhören, es kann da nicht raus und ist in dieser Situation gefangen, weil es mit der Kommunikation nicht klappt. Und bestimmt habt ihr andere Momente in eurem Leben, wo es mit der Kommunikation nicht geklappt hat, wo zu viel Kommunikation reingekommen ist oder zu wenig Kommunikation reingekommen ist. Schweigenden Menschen zuhören, gar nicht so einfach, muss man erst mal gelernt haben und so weiter und so weiter. Und immer, wenn irgendetwas schiefgegangen ist, kann ich euch garantiert genau zeigen, die Kommunikation ist als erstes schiefgegangen. Und das ist jetzt das, was ihr mit Saint-Dolgi erreichen könnt, dass jede Situation im Leben in der Vergangenheit, in der Gegenwart und für die Zukunft mit Kommunikation verbessert werden kann oder in Ordnung gebracht werden kann. Denn all die Dinge, die nicht funktionieren, brauchen nur mehr Kommunikation und mehr bearbeiten, angucken, damit denken, aber hauptsächlich eben kommunizieren, damit es in Ordnung kommt. Sogar wenn im Körper etwas wehtut oder nicht funktioniert, dann kann man mit mehr Kommunikation auf spirituelle Weise damit eine Verbesserung hinkriegen, weil mehr Kommunikation macht die Dinge ganz einfach besser. Ich gebe ja immer eine Hausaufgabe auf. Bestimmt sind euch jetzt schon ein, zwei Situationen eingefallen, mit denen man etwas mehr kommunizieren könnte und ich lade euch ganz herzlich dazu ein, probiert es doch einfach mal aus. Macht mal ein bisschen Kommunikation mit den Schwierigkeiten. Zeit für ein Gebet. Das Saint-Dolgi-Gebet für völlige Freiheit. Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, sodass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist, jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubens erlitten haben, jener, die geknechtet oder gequält und aller, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Wir beten dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können, sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Kriegen, Armut und Not. Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen, ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Gebe Gott, dass es so sei. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und dass ihr was dazu lernt, weil das ist wichtig für die Ewigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.